Eine Schulterendoprothese ist ein künstlicher Gelenkersatz. Das bedeutet, Sie können das gesamte Gelenk ersetzen, sprich Sie bauen eine künstliche Schulterpfanne und einen künstlichen Oberarmkopf ein. Sie können aber auch nur einen Gelenkpartner ersetzen. Das ist dann in der Regel der Oberarmkopf. Es gibt ganz unterschiedliche Prothesendesigns. Man unterscheidet anatomische und inverse Prothesen. Alle Prothesen machen mittlerweile sehr, sehr gute funktionelle Ergebnisse und führen in der Regel in kurzer Zeit zu einer deutlichen Beschwerdelinderung oder Beschwerdefreiheit.